Puh, war das knapp im letzten Teil. Ja, willkommen zurück, der NRW bei 18 wieder hier. Die Runde 3 haben wir auch geklirrt, aber Louis Lane wird weiterhin vermisst. Auf geht's in die 4. Und wir kommen natürlich Superman! Jesus Rocket, ähm, Jesus? Nein, nein, nein. Weiß ich nicht. Hat Rakete abgeschossen. Thursday 23, nein, nein, wir wollen mal. Ja, Superman im Weltall, hui. Wir sind natürlich Superman, wir brauchen keine Luft zum Atmen. Da ist die Rakete. Die explodiert. Da ist Louis Lane. Runde 4. Ach du Scheiße, wir sind... Oh, jo, 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 das schon wieder. Ah, wir sind Weltall. Ai, 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 ai. Okay, wow. Nein, nein, nicht Raketen. Okay, was ist denn... Was ist denn das? Iiii. Iiii, geht, 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 geht. Okay, ich hab da irgendwas eingesammelt gerade. Ah, schon die Hälfte meines Lebens weg, wie geil. Iiii. Iiii, au, au. Iii, was ist das denn? Eine kleine Enterprises, oder was? Oh nein, das sind Kryptonitbrocken. Es ist die Frage... Geht. Kann ich, wenn ich die Dinger hier kaputt mache, irgendwas davon bekommen? Das heißt, irgendwie Lebensenergie oder sowas. Ja, ich bezweifle es. Ich sehe jedenfalls nicht danach aus. Nein. Ich brauche dringend Lebensenergie. Oh Gott, was ist das? Iiii, geht. Oh Gott, da kommen ja noch so kleine Dinger raus. Oh nein. Oh nein. Was? Was geht los da rein? Ich fang jetzt wieder ganz von vorne an, ne? Ne, 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 ne. Also okay, dann erst einmal da auf diese Waffen. Boah. Scheiße. Mann, das muss doch möglich sein. Scheiße. Oh Gott, mein Game... Ey, Mann! Leidet hier gerade schon wieder extremst. Guck mal, einmal getroffen und... Das ist ja der blanke Wahnsinn hier. Oh nein, 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 nein! Okay, wir fliegen nochmal ganz von vorne. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Oh, anscheinend wirklich. So, hier kommen jetzt die Viecher ins Spiel. Hier habe ich eigentlich am meisten verloren. Guck mal, wieder die Hälfte verloren. Nein. Nein. Ja, 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 ja. Okay, also es bringt doch was. Okay, mehr davon bitte. Oh, meine Hand tut mir weh. Kommt er schon? Ja, er kommt. Also jetzt mit deutlich mehr Lebensenergie. Versuchen wir hier unser Glück. Oh Gott, ich sehe gar nicht, auf was ich feuere. Ich versuche nämlich immer nur den ganzen Projektilen hier auszuweichen. Aber irgendwas treffe ich, das sehe ich. Nur was, das weiß ich nicht. Okay, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ah, unten die Rakete. Ah, super. Das Auge der Mitte, das seht mich doch. Wenn ich das kaputt mache, dürft ihr da gar nicht mehr treffen können, oder doch? Eieieieiei, wie oft kommt das Ding? Aha. Aber, seht ihr da, jetzt schießt er nämlich wahllos. Na also. Was? Das war's? Äh, ja. Das war's. Runde 4 gecleared. Super gemacht. Ja, Freunde. Dann, äh, ja. Kurzes Video. Kurz und knackig. Äh, gleich geht's weiter mit der nächsten Runde. Dann weiß ich nicht, wie's weitergeht. Bis dann, NRW über 1800 Jul.